Muss ich jetzt nicht extra erzählen, Anja, oder? Mit wem, ähm, Lena, liebe meines Lebens. Hallo, mein Schatz. Der Polmann hat's echt geglaubt, geil, oder? Geil. Geiler, super Typ. Ich hab's auch fast geglaubt. Ja, ich auch. Ich gratuliere dir erstmal ganz herzlich. Danke. Zu zwei verdammten Eins-Live-Krone. Huh, 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 huh. Und du hast ja schon derbe abgefeiert, also auf der Bühne zum einen. Hast du mit Stefan grad auch nochmal angestoßen? Äh, ich hab Stefan noch nicht gesehen. Nee, ich glaub, der ist sich grade ein bisschen runterkühlen vom Auftritt. Der ist ja völlig ausgerastet. Aber geil, oder? Mit Helge? Super, super cool. Ich mein, ihr seid ja heute, ich mein, mehr geht ja gar nicht. Ihr seid ja immer so in Personalunion unterwegs. Also wir addieren deine zwei Kronen plus seine Sonderkrone, die mindestens so viel wert ist wie zwei. Ja. Und ich mein, das ist schon Rekord. Das ist schon cool. Wo sind die beiden Dinger denn? Also die eine ist kaputt. Nee. Doch, die läuft aus. Und... Nee, jetzt nicht im Ernst. Was hast du damit gemacht? Nein, ich hab die bekommen und hatte schon nasse Hände. Und die ist, äh, die läuft echt aus. Aber die wird jetzt, glaub ich, grade repariert. Und die andere ist sicher verwahrt. Puh. Haben wir gerade mal Glück gehabt. Qualitätsarbeit. Qualitätsarbeit? Verdammt, die sind echt teuer. Jetzt noch ganz im Ernst. Ja, äh, das, der materielle Wert zählt überhaupt nicht. Es ist, äh, es ist die Ehre, die zählt. Und mit welchen anderen Männern möchtest du heute noch fremdgehen? Also was mich betrifft. Ich würde dir gerne, ähm, also fremdgehen heißt jetzt so, so tun, als wäre man zusammen ohne Knutschen. Na, zum Beispiel Polmann oder den Jungs von Revolverheld oder Biet, Biet, Biet. Okay, das reicht an dieser Stelle. Wir beobachten Lena noch ein bisschen heute Nacht und feiern die zwei Kronen. Und eine kaputte. Anja! Zu Jan rüber gehen. Können wir das einmal Hallo sagen zumindest? Das Jan Plevka von Selig auch einmal, abgesehen von Lena, winke, winke. Lena hat aber gerade auch schon dem Jan Hallo gesagt, ne? Entschuldigung, ich wollte... Jan! Das ist ja unglaublich, oder? Lena nimmt einen Arm und mich nicht, oder wat? Was ist los mit dem jungen Mann? Ja, wenig. Ja, wenig. Ihr habt euren Mann nicht im Griff, wenn ich das mal so sagen darf. Doch, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ja. Nein, ich hab gesagt, du nimmst den Jan in den Arm und mich hast du gerade nicht in den Arm genommen, nur gerade jetzt. Äh... Nein, aber bist du jetzt dicke mit Jan Plevka? Ich bin ja vielleicht auch befreundet. Und du bist ein Lover, mein Lover nehm ich nicht in den Arm. Kennst du den Jan erst seit jetzt oder schon vorher? Ne, den Jan kenne ich seit etwas längerer Zeit schon. Und zwar haben wir uns auf einer Universal-Tagung kennengelernt. Tagung? Klingt mir zu kompliziert. Ja. Lass uns mal bei Anja fragen, welche Tagungspunkte die jetzt als nächstes bei unserer Aftershow-Party rockt. Tagung? 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 Untertitelung des ZDF, 2020